Ja, moin zusammen und willkommen hier bei einem neuen Video auf dem Kanal Schwungvoll und selten war ich so unvorbereitet wie diesem Falle. Mein Kumpel ruft mich an, hey Stefan, hast du Zeit? Ich komme mit dem ID.7 vorbei und ja, klar hat man dann Zeit und bereitet sich dann dementsprechend darauf vor, was die 20-seitige Präsentation dann hergibt. Aber ich habe mir jetzt einfach gesagt, lasst uns das Ding doch einfach mal zusammen angucken und wenn euch das interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht es sofort los. Bis zum nächsten Mal. So, gucken wir uns mal erst das an, was ins Auge fällt. Das ist nämlich die schiere Größe des Fahrzeuges im B-Segment. Das ist ungefähr das Segment, was auch aktuell der VW Passat bedient. 4,96 Meter, das ist schon wirklich ein Niveau des EQE aktuell und ein Radstand von 2,96, das verspricht natürlich sehr, sehr viel Platz im Innenraum. Kennt man aber von den ID-Modellen, da ist das jetzt nichts Besonderes. Allerdings ist das Fahrzeug natürlich mal eine ganze Nummer größer. Ihr habt richtig Platz und ihr habt hinten zum Beispiel auch eine richtig große Heckklappe. Also nicht wie bei Tesla Model 3 oder beim EQE, wo es nur einen Kofferraumdeckel gibt. Nein, hier ist eine richtig vernünftige Heckklappe verbaut. Falls ihr mal eine Waschmaschine transportiert oder so weiter, kann ich euch auch mal eben zeigen. Ah ne, darf ich nicht. Ist in Ordnung. Dann zeige ich euch das doch ein anderes Mal. Darf ich euch nicht zeigen. Ist egal, glaubt mir einfach, ist eine riesengroße Heckklappe und dahinter ist doch ganz viel mehr Raum. Übrigens, hinter der vollautomatischen Heckklappe, ist man ja schon fast gewohnt von den ID-Modellen, außer beim ID.3, 532 Liter Kofferraum, doppelter Ladeboden und darunter auch noch so ein kleines Fach. Wie gesagt, zeigen ist nicht, aber glaubt mir, wie gesagt, da ist viel Platz drin und so lange dauert es nicht mehr und dann hat das Fahrzeug ja auch die offizielle Weltpremiere. Am 17. April war das und dann werdet ihr sicherlich auch sehen von dem, wo ich gerade von erzählt habe. Übrigens mit 1,53 Meter Höhe ist der ID.7 etwa so hoch, wie es aktuell der ID.3 ist, aber er ist etwas breiter. In der Breite misst das Fahrzeug jetzt hier 1,86 Meter, aber das hat mit dem Thema CW-Wert mal gar nichts zu tun, weil da hat VW eine ganze Menge getan und das gucken wir uns jetzt mal eben ganz im Detail an. Die 1,86 Breite des ID.7, die wird durch eine nahezu vollverkleidete Front hier sehr weit optimiert. 0,23 ist der CW-Wert von dem Fahrzeug. Unter Armern erreicht ihr das mit den sogenannten Air Curtains hier unten. Die leiten zum Beispiel den Wind an den Vorderrädern vorbei und ansonsten ist alles geschlossen. Einzig hier unten habt ihr noch eine Lüftdoseöffnung, aber auch da gibt es Jalousien, die ihn bei Bedarf komplett mal eben verschließen und soweit noch mehr windoptimiert durch die Gegend fahren lassen. Reichweitentechnisch hat das natürlich einiges zu bringen, denn da kommen wir jetzt mal eben zu Akkugrößen. Kommen wir zu den Akkugrößen und geladen wird natürlich über, darf ich die Klappe, darf ich, darf ich zeigen, darf ich zeigen, okay. Also über die Klappe hier, das ist ein neues Konzept. Guck mal, die geht nach oben auf. Und natürlich CCS, nichts anderes habe ich erwartet. In der Erstausführung wird geladen mit maximal 170 kW, ihr kennt das, Ladekurve und so weiter. Also das ist die Peak-Performance, später soll bis zu 200 kW möglich sein. Den ID.7, den ihr hier seht, ist übrigens eine Heck-Variante. Das heißt, er wird auch nur über die Heckräder angetrieben mit 210 kW. Das ist neu, vorher waren es 150 kW, 204 PS. Hier sind es jetzt 210 kW, das sind 286 PS. WLTP-Reichweite, ja, wir haben zwei Akkugrößen, 77 kWh netto und 86 kWh netto. Das ergeben WLTP-Reichweiten von, ich muss mal eben schmulen, 615 km für den kleinen Akku und bis zu 700 km mit dem großen Akku. Das ist eine Ansage von VW und wie gesagt, das soll durch die ausgefeilte Aerodynamik erzielt werden. Da sind wir natürlich bei ersten Fahrtestskern dabei und gucken, ob davon dann auch was in die Tat umgesetzt werden kann. Ja, ansonsten, wie ihr seht, steht er schon recht mächtig hier. Also, von der Größe her und man sieht ihm aber seine Aerodynamik schon an. Also, er ist jetzt nicht ganz dieser Bogen, den vielleicht ein EQE darstellt, aber ich finde, sehr, sehr gut gelungen. Schöne, ja, schon fast die Coupé-Form hinten mit dem kurzen Heck, das habe ich euch ja hier gezeigt. Mit der Heckklappe, dem abfallenden Heck, sieht schon fast aus wie so ein GTX-Modell vom ID.5. Das Ganze natürlich viel gestreckter eben in einer Limousine verpackt. So, viele von euch fragen sich jetzt natürlich, was verbirgt sich denn jetzt hinter der... Ja, so mächtig ist sie gar nicht. Sie wirkt, glaube ich, auf dem Video wirkt sie größer, als sie tatsächlich ist, aber sie ist deutlich kleiner als zum Beispiel bei Mercedes. Aber gucken wir doch mal unter, was da ist. Ach so, nee, darf ich nicht. Nee, okay. Ja, ist aber auch nicht viel drunter, hat keinen Frunk. Kann ich immer mal vorwegnehmen. Insofern an die Freunde des Frunks, ihr werdet zu Hause bleiben müssen. Enttäuscht werden? Keine Ahnung. Ist beim ID einfach so vorne, ist der Technikraum, genau wie es bei Mercedes ist und bei anderen Herstellern der Fall. Hat man sich irgendwann auch aus Crash-Themen für entschieden. Ist halt so. So, meine Lieben, die größte Veränderung, die gibt es natürlich im Innenraum, den gucken wir uns jetzt an. Das Fahrzeug, unschwer zu erkennen, ist übrigens ein Prototyp. Das heißt, alles, was ihr jetzt seht da drin, wenn da irgendwelche Kabel sind oder so weiter, das ist dem geschuldet, dass das Auto natürlich noch als Testfahrzeug genutzt wird. Also, nicht wundern, aber ich möchte euch trotzdem so ein paar Dinge zeigen. Also, in erster Linie sitze ich jetzt hier zum Beispiel auf Massagesitzen. Das ist schon mal das, was man als ID-Fahrer aus dem Max-Modell kommt. Das ist hier natürlich auch drin zu finden. Aber, und dafür drehe ich mal eben die Kamera, hat sich im Bereich der Front hier alles geändert. Und zwar habt ihr einen tatsächlich 15 Zoll Bildschirm. Hier habt ihr übrigens schon gleich den Lademonitor mal eben, in dem ihr mit dem Slider jetzt hier auch einstellen könnt. Das ist richtig smooth, richtig schnell. 15 Zoll, also hier als Hauptbildschirm. In der Mitte natürlich hier den kleinen Bildschirm hier unten. Serienmäßig natürlich das Head-Up-Display. Das blende ich euch mal eben ein. Das kennt ihr auch schon als ID-Max-Fahrer oder so. Also, optional gab es das ja auch schon. Ist im ID.7 natürlich auch. Und nochmal mit mehr Informationen. Ich sehe zum Beispiel jetzt im Head-Up-Display, sehe ich Dinge wie zum Beispiel, wie viel ich verbrauche. Höchstgeschwindigkeit oder auch natürlich die aktuelle Route. So, was man natürlich hier jetzt noch machen kann, im großen Screen, wollte ich euch zum Beispiel mal zeigen, Thema Klimatisierung. Ihr habt nämlich ein komplett neues Klimakonzept hier in dem Fahrzeug. Und zwar seht ihr die Ausströmer hier in der i-Tafel. Die sind nicht mehr manuell zu verändern. Die sind fest. Ähnlich wie es zum Beispiel im Porsche Taycan der Fall ist. Das heißt, ihr legt jetzt hier fest über so ein Slider, nach wo sollen der ausströmen. Und dementsprechend könnt ihr dann euch das richtig schön hier so hin. So, jetzt ist er an und jetzt könnt ihr sagen, okay, nach wo soll er ausströmen. Was im ID-Segment auch neu ist, das ist der kleine unscheinbare Knopf da unten. Das ist nämlich das Thema Sitzbelüftung. Auch das hat der ID-7 jetzt hier drin. Und wie gesagt, das Ganze hier ist komplett neu vom Vorgehen. Die Luftanströmer, die sind alle nur noch über die Software gesteuert. Ihr sagt genau, wohin soll die Luft und wie sehr, wie warm und so weiter. Dann, was haben wir hier noch zum Beispiel? Sitze. Wir haben, wie eben schon gesagt, wir haben eine Massagefunktion. Wir haben eine Heizfunktion. Wir haben eine Trockenfunktion. Maximale Belüftung. Also richtig viel, was einem hier gerade für die Langstrecke geboten wird. Und das habe ich ja eingangs erwähnt, 615 Kilometer WLTP bis 700 Kilometer, je nach Akku. Also da hat der Diesel-Liter auch nichts mehr zu sagen, oder? So, Ambientebeleuchtung hat er natürlich. Ihr seht es zum Beispiel hier unter dem Screen, aber auch in den Türen zum Beispiel jetzt hier oder auf der anderen Seite. Serienmäßig 10 Farben, optional bis zu 30 Farben, die ihr hier wählen könnt. Kennt ihr alles. Wie gesagt, gibt es dann in verschiedenen Farben und so weiter zu wählen. Und das Ganze natürlich dann von dem notwendigen Soundsystem unterstützt. Verbaut ist jetzt hier im ID.7 ein Hamann-Kardon-System mit 16 Lautsprechern, 700 Watt. Das rum ist richtig. Also da muss natürlich kein Motorsound übertrumpft werden, aber es klingt einfach richtig geil. Würde ich euch jetzt gerne einmal vorspielen. Ist leider nicht möglich, weil sonst wird das wieder irgendwie... Ja, ihr kennt das mit der GEMA und so weiter. Also keine Musik spielen. Lassen wir jetzt mal eben gerade. Guti, was kann ich euch noch zeigen? Lademonitor, hatten wir jetzt kurz Ambiente-Modus. Wie gesagt, Navigation, natürlich auch alles Mögliche einstellbar. Was ihr haben wollt. In den Assistenten natürlich auch. Ach, guck mal. Kennt ihr Ida? Die ID.3-Fahrer unter euch wissen, ein ID.3 hört auf euch mit Hey ID oder Hallo ID. Wie geht's dir? Zum Beispiel. Lassen wir jetzt mal nicht reden. Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, der ID hat jetzt einen anderen Namen bekommen. Und es ist auch nicht mehr Heidi. Heidi kennen die einigen von euch vielleicht auch. Nee, es ist tatsächlich Ida. Das heißt, jetzt inzwischen... Hallo, Ida. Hey, Ida. Hallo, Ida. Wie weit ist meine Reichweite? Mit dem aktuellen Verbrauch kommst du noch 259 Kilometer weit. So, seht ihr? Also, aus ID oder Heidi wurde jetzt Ida. Das ist auch neu. Sliderbar natürlich beleuchtet. Endlich. Da haben sie daraus gelernt. Was ganz interessant ist, ihr habt die ganzen Anzeigen, die ihr vorher in der Sliderbar wart, die habt ihr jetzt hier drin. Und ihr könnt die natürlich, wenn ihr jetzt hier drauf drückt, könnt ihr jetzt zum Beispiel die ganzen Einstellungen, da ist zum Beispiel oben die Lenkradheizung, könnt ihr jetzt nehmen und könnt die Lenkradheizung hier mit unten reinnehmen. Und dann habt ihr die Lenkradheizung mit unten in dieser Sliderbar drin. Das ist zum Beispiel was richtig cool ist. Die könnt ihr halt dementsprechend individualisieren. So, soviel aus dem Innenraum des ID.7. Fühle mich jetzt hier schon sehr, sehr, sehr wohl. Auch ein großes Panoramaglas über uns. Das kennt ihr auch schon aus den diversen anderen ID-Modellen. Finde ich nach wie vor cool. Und der alte Trick mit, zeigt mir die Sterne. Den gibt es natürlich immer noch. Ansonsten, kleines Display hier unten nochmal, der die Reichweite und den Prozent des Akkus anzeigt. Und eigentlich die Informationen, die ihr so benötigt, wie schnell fahrt ihr gerade und so weiter. Die anderen Informationen, alle hier groß im zentralen 15 Zoll Display. Also, meiner Meinung nach ein ganz großer Schritt nach vorne für die ganzen ID-Modelle. Kommen wir mal eben zur Rückbank. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Nein? Darf ich nicht zeigen? Also, ich kann euch nur sagen, ihr habt echt besonders viel Platz auf der Rückbank. Aber ich darf sie euch jetzt noch nicht zeigen. Klären wir später, warum. Ist was high, financial, keine Ahnung was. Ist egal. Jede Menge Platz, könnt ihr mir glauben. Wie gesagt, der Radstand von 296 lässt auch auf nichts anderes schließen. Insofern, macht da doch schon was her, der ID-7, oder? Was denkt ihr? Ganz, ganz, ganz großer Fortschritt. Natürlich kann ich euch jetzt nicht erzählen, mit welcher Software das Ganze läuft hier. Und was unter der Haube der ganzen Software-Geschichte steckt. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis das Fahrzeug dann die offizielle Weltpremiere hat. Dann wird da natürlich ganz viel drüber geredet werden. Aber, ihr könnt mir glauben, das läuft alles viel runder, viel smoother. Und so, wie man es eigentlich von Anfang an erwartet hat. Ich mache mir da keine Gedanken. Der ID-7, der macht hier schon sehr, sehr, sehr viel richtig. Und ich freue mich da drauf, mit dem mal eine ausgiebige Tour zu fahren. Ähm, darf man denn überhaupt fahren? Was? Vielleicht. Ich darf vielleicht fahren. Nein, heute nicht mehr. Das machen wir das nächste Mal. Und ja, da seid ihr gerne dabei eingeladen. Und ja, da seid ihr gerne dabei.